Habt ihr noch eine Zigarette? Habt ihr noch eine Kippe? Wenn du eine kriegst von ihm, werde ich den kippen. Aber wenn du eine von ihm kriegst... Wenn ich anspreche, gehe anspreche, gute! Geben wir mal einem Freund ein Kipp, Hopp. Hast du noch einen? Ich muss kurz dich voll auf. Geben wir mal ein Kipp auf. Dann gehen wir mal in den Puff. Dann gehen wir auch in den Puff, wenn du mehr ein Kipp gibst, Hopp. Ich gebe dir für zwei Euro, dann gebe ich dir eine aus. Die sind für dich oder was? Was will ich jetzt?